Treppe Treppe Hab ihn Ich hab ihn übertrieben gut gehandelt Hab ihn Danke Hier sind 1000 Leute legit Hab einen gekillt Also get low, get down Oh god Da sind 3 Leute Hab eine Eine Ja Pass auf Falle von mir Der hat einen 40er vor mir Hab die andere Okay 2 Leute noch, 2 Leute noch Voll Damage passt schon Nice Jungs Jungs 9 Kills Ich hab 5 Ich hab 0 Junge wir haben 17 Teamkills Das ist ne richtig leckere Runde Alter Ich hab echt einen Anton hat dann den Ich Kleine das aber mit meiner Mutter ausgepackt Und Deswegen mach bitte Down Hab ihn Das ist weg Rattern Ab den einen Ab den anderen Einen gedowned Ab ihn Unter der Brücke Ab ihn Hab drei Kicks, Digga Ehre entwendet Da unten sind welche, ich brauch Hilfe Ey, von der Seite, da kommen auch welche Ja, das ist eigentlich der Ich komm zu dir Hab die eine Der hat mir so einen heftigen Headshot gegeben Okay, das kriegst du hin Hinter dir Ich sag dir doch, hinter dir Ihre entwendet Über dir, über dir, äh, über mir Tut mir leid Hab die eine Er ist runtergesprungen Hat ein 70er Hit Hab ihn Hab die eine Für 90 geht es Hab die eine Der hielt sich oben Hab ihn 80er gegeben Äh, 48er meine ich Der hat kein Schild mehr Oh mein Gott Der ist low wie scheiße Der hielt sich Hab ihn Easy Na ja, für dich Ist der bei dir? Ja, ja, direkt vor mir Ohohoh Ich hab ihn mit der neuen Pistole geknallt Die hinten halt Minimal Bruder, die hacken Die hacken Die schiebten Die Bruder, ne? Die hitten No-Docs nicht normal Ah, beide gehöre, holt da oben Maxi Maxi hat mich genutzt hat Der finisht Maxi 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 der eine lebt dann noch drin der ist low wie scheiße der ist low wie scheiße ich zeig dir mal was dagegen macht sie ist low sie ist low sie hat nichts mehr ich weiß sie ist über low die ist hier runter gegangen ist weggelaufen die gar nicht so am tryhunt ist so am tryhunt maxi maxi die ist oben im gebäude hat sie hat sie hat sie hat sie hat sie alter war die die am tryhunt hab einen bisschen runter oder so jawoll das war sick maxi den ganz ehrenlosen geholfen ich hab schon wieder einen geholfen hat man ich füge dich tschüss kann es sein dass dein headset flächen im arsch ist mein headset geschnolten wucheln schlacht das ist jetzt mal jungen, ich füge dich gleich fach Das ist ein Ruhiger.